Soll ich Mais an der Mauer? Nö, der ist doch schon. Sonst weh. Achso. Weiß jetzt nicht, ob ich den in die Kiste geh? Nö. Warum hast du nicht gleich neu gepflanzt? Ist doch. Ist doch gepflanzt. Ist doch. Das ist alles gepflanzt. Du musst ja doch wachsen. Nö, ja. Geh mal mit der Gießkanne lang. Ja. Okay. Dann machen wir mal leckeres Fleisch, wa? Ja, machen wir mal richtig gutes Fleisch. Machen wir mal richtig gutes. Gut, die Kartoffeln kann ich dann wieder wegpacken. Die bringen dann irgendwie das nicht. Konnte man nicht noch irgendwie ein anderes veganes Essen machen oder so? Ja, dafür brauchst du ja auch Mais. Achso. Mais ist so Pflanze, weißt du? Achso. Ich dachte, das wäre hier voll jetzt tierisch Produkt und so. Naja. Nö, nee. Also... So Kartoffeln und Mais. Ja, das ist so vegan. Das ist vegan. Mhm. Tee wollte ich mal machen, ne? Ja. Tee und Kaffee eigentlich, ne? Könntest du mal machen, ja. 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 Ja, lass ihn mal grillen. Na, jetzt habe ich ihn schon ausgenommen. Da frage ich mich jetzt nur, warum ich rohes Fleisch rausgekriegt habe. Wenn er so gut durchgegrillt war. Tja, keine Ahnung. Hast du nicht richtig gemacht? Ich dachte doch schon. Ist ja schon 20.30 Uhr und die Granierer kommen. Quatsch. So, zack, zack. Wie, hast du Probleme? Nee, aber irgendwann sollte ich dann auch mal nach Hause, ne? Ja. Und genau auf dem Weg mache ich mich jetzt. Achso. Na, dann komm nach Hause. Mach ich. Mhm. Was ist noch drin? Ah, da lang. Komm ja eh gleich wieder die Schreizombies. Ja, so wie ich da schon wieder kochen, du? Ja, da kommen die Kreischer. Viel Spaß. Wo? Höre nicht. Ja, Nordost. Ne, ist ja da kein. In meine Richtung, wo ich jetzt so gerade bin. Gut, da sind wir denn egal. Ja, ne? Ja, ne? So. Dein Telefon. Nee. Ich habe gar kein Telefon. Warum hast du sowas nicht? Ich brauche sowas nicht. Ich brauche einen Stein. Ah ja. Hast du die tot gemacht? Nö, ich habe die jetzt nicht gesehen. Achso. Die ist ja noch gar nichts fertig. Sag mal, hast du irgendwo diese Stahlrahmen-Frames gesehen? Äh, die sind in der Forge. Ja, ne, ich hatte doch welche gebaut gehabt. Ja, die müsste doch da drin sein. Nein. Dann sind die jetzt weg. Du hattest doch die Mauer weiter gebaut gehabt. Ne, aber jetzt noch nicht. Ne? Ne. Ne. Boah. Dann wurden die nicht gespeichert. Ah ja. Aber da hatten wir doch 70 Stück oder so, ne? Das kann sein. Ja, das waren schon einige, ne? Ja. Na gut, dann fahre ich wieder ein neuer an, wa? Ja. Quatsch. Hier rein. Die Mauer muss ja weiter gebaut werden. Ja, da hast du noch ein bisschen was zu tun, ne? Habe ich noch ein bisschen zu tun. Wie wollen wir das sowieso jetzt bauen? Jetzt habe ich ja hier die ganzen... Ja, muss man irgendwie abstecken noch, ne? Ja. Ja, das machst du denn schon, wa? Ja. Achso, den Stein hattest du jetzt komplett weg, ja? Die Steine sind komplett weg, ja. Ah, dann bräuchte ich hier... Sag du mir, wenn denn richtig. Jo. So. Dann können wir das gleich mitnehmen. Dann nehmen wir gleich noch ein bisschen Kohle mit. Können wir wieder ein paar Fackeln ranklatschen. Hm? Achso, komm mal her, hier sind sie. Hier in der Außenkiste. Hier in der Außenkiste. Hier in der Außenkiste. Was machen sie denn in der Außenkiste? Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich einfach nur ausgeschmissen, weißt du? Ah, ja. Baue ich die Mauer jetzt hier erstmal einen Server? Oder? Ja. Ja. Kannst du machen. Aber hier nicht noch was kaputt. So, dann wollten wir noch ein paar Fackeln. Ah, und ich wollte Steine. Wo hab ich denn jetzt hier Steine, sag mal? Na du, das weiß ich nicht. Ah, dieser Betrüger mit seinem Zaun. Wieso, was war? War das die Zombies, oder? Ja. War doch nur einer. Achso. Ja, ich wollte die Mauer jetzt direkt an den Zaun setzen und das ging natürlich nicht. Achso. Ne, das geht nicht. War hier nicht mal irgendwie große Steine noch? Auf der Linkseite, da bei dir hinten, was? Hm. Ups. Uh, dann. Wirtschneid. Ja. Wurde auch Zeit. Untertitelung. BR 2018 Nägel habe ich auch mal wieder. Kannst du wegschmeißen. Nur wann denn die großen Steine? Hattest du Essen angesetzt, weil ich von mir nichts. Essen ist angesetzt. Du machst nicht ganz viel mit Ei gemacht. Ist doch besser, oder? Ähm, ich habe einen Stein geguckt, oder? Achso, das ist hier dieser. Ah, okay. Ähm, nee. Nee, gut. Na sag mal, gibt es hier keine Steine mehr? Hast du die schon alle weg, oder was? Alle weg. Hier ist ein Vogelnest. Das wurde schon geplündert. Na gut, hilft ja nichts. Da musst du doch in die Hülle rein. Musst du in die Hülle rein, Junge. Warum? Jetzt bin ich zig Kilometer weiter weg von diesem Vogelnest und eröffnet mir das Vogelnest nochmal. Junge, Junge. Achso, hast du das jetzt gemacht, ja? Ja, nicht? Soll ich die abreißen? Wie kommen wir jetzt wieder hoch? Na hier. Na, ich brauche schon wieder Steine. Junge, krass, ey. Ein bisschen, ne? Na ja, aber mir ganz schön. Liegt ihr an Seven Days? Ja. 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 Kloppe ich mal hier hoch mit Schreiben, willst du? Ja. Das würde natürlich eine Menge helfen. Versuch mal den Abgang noch ein bisschen besser hinzukriegen, ne? Hm. Wir haben Besuch. Ja, aber die hat doch keinen Spaß ohne uns. Wir sind ja eigentlich gut geschützt da oben. Wenn wir erstmal hochgehen, dann ruft die ja gleich ihre Freunde. Ja, na, Party, oder? Ja. Groß haben wir also jetzt genug gehabt, oder? Achso. Jetzt wird mal ein bisschen gearbeitet. Hattest du Flacheisen noch gemacht? Nein. Warte. Warte. Ja, nee. Der wollte hoch, weißt du? Sprachstuck. Hm. Und manchmal will der das nicht so, wie ich's will, weißt du? Nee, manchmal will der nicht. Vor allem nicht, wenn er dann irgendwo noch hängen bleibt, oder sowas. Das ist ja ein... ...vansvergabe. Aber verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Frag die Pimps. Jöt, frage ich mal. Ruf ich mal eben an, ja. Und, was sagen Sie? Ja, frag den Server... ...Fuzzi. Server, Fuzzi, ist alles gut. Okay. Haben wir da oben eine Horde, oder rennst du da durch die Gegend? Ich bin gerade an der Forge. Machen wir ein paar Flacheisen. Ja, das ist gute Eisen wieder weg. Also, sind da draußen Zombies, ja? Warum? Ich hör keine. Nee, ich hör da oben nur rascheln. Ja? Ja. Hm. Na, kann doch nicht trinken. Toll. Ich hör auch jemand kreischen, aber. Nein, hör ich nicht. Kann ich jetzt so mit gar nicht dienen. Kannst du gar nicht mit dienen, ja? Nee. Du musst auch mal zuhören. Dumm, 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 dumm. Ja, das kann ich. Na gut. Die 400 Woodframs, die hatte ich dir gegeben, ne? 400, nö. Na doch, um dich hier rauszuholen. Da hast du mir zwei hingepackt. Da hast du mir ja nicht stehen und zwar alles von dir sehr sparsam, ne? Ah. Habe ich dir das ja genau richtig gemacht, wa? Mhm. Hm, hast du. So, haben wir wieder ein bisschen Luft, dann können wir wieder steigen. Ich hab' ich das Holz vergessen. Boah. man wird aber haben wir schon eine höhle hier drüben ja du kommst hier ja nicht mehr raus wie früher wenn ich jetzt noch rennen hier hätte der hat die ganze karte durchgebuddelt ja musste ja nicht mehr sehen weil er nicht mal fackeln in der alpha 15 scheinen ja jetzt auch neue steine mit wieder reinzukommen habe ich schon wieder gebüter ich weiß dass diese dieser bunker war mit ganz anderen steinen gebaut ja also deswegen denke ich das mal so habe ich auch noch nichts gehört aber also neue steine da benutzen müssten wir auch gleich mal neue steine zum bauen haben ja 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 ja